Klapp dich mal auf Ach der Motor hier vorne arbeitet mit, wie schlau Ach geil Das muss man auch erst mal genießen So Ich würde sagen, dann fällen wir uns erst mal ein paar Bäumchen Ich muss gerade auch dazu erwähnen Moment Können wir aber erst mal gerade einen Screenshot machen Das finde ich jetzt mal angebracht Moment, gehen wir ein bisschen weiter weg Ein schönes Bildchen machen Das wäre jetzt nicht so ganz optimal, aber Man braucht ja was fürs YouTube-Bild, also fürs Thumbnail Nehmen wir uns gerade hier den hier vorne mal vor So, man muss den ja erst anschalten Äh, oh Wie groß machen wir die denn immer so? Ich würde erst mal 5 Meter vorschlagen Dann, äh, hoppala Ah ja, genau Äh, ja genau, sägen bitte Danke Rums Da müssen wir den uns, glaube ich, erst mal hier passend Zurecht schneiden Oh, oh, oh Die werden lang Machen wir ein bisschen kürzer 4 Meter machen wir mal So, da probieren wir jetzt erst mal unser Glück mit den Dingern hier Schauen wir mal Was das Ganze hier so bringt Anschalten Genau Ja Ach ja, uns Kennen wir ja mittlerweile das Ganze hier so Stäbe, alles ausgefahren Genau, genau So, wie öffnet man das jetzt? Ach so, dreht man So öffnet man Genau Muss ich Ah Genau Das war Das waren die Arme Tut mir leid, Leute Ich muss mich hier erst mal zurechtfinden Mit dem ganzen Kamera-Gesteuere Ähm, nein Ich wollte das Noch ein bisschen drehen Drehen, drehen Noch ein bisschen Ah Komm, jetzt greif doch einfach zu Haha, jetzt hat er ihn schon Muss mich jedenfalls hier gerade erst mal ein bisschen Eintüfteln Ob das so klappt Und jetzt mal loslassen Ah, nein, nicht, nicht, nicht So Dann loslassen Ach, Mann, oh Blödes Teil Betrug Scheiße Ach, Mann Das Spiel frisst mich wieder Den Spruch habe ich mir ein bisschen geklaut Ich weiß, aber Gucken wir, ob ich den auch so kriege Ah, das ist doch nicht wahr Da verlässt man sich auf was Dann klappt's nicht Ah ja, jetzt Ah, ja genau Jetzt funktioniert's nicht Aha Jawohl So habe ich das gern Mal den nächsten Formstamm holen Nächsten kann ich wieder ab Passt das so Ein bisschen ausfahren Ah ja, ach so Gut Ah, hallo Hast du mich verarscht? Warum kommst du nicht weiter runter? Ach, nicht dein Ernst, oder? Kommt tatsächlich nicht weiter runter Ach so Warte, Moment Moment Ich vollidiot Natürlich gibt's ja noch die Option Diese hier So Mann, ich bin ja so dämlich Ah Mein Gott Ich will ja nicht gleich wieder Aufhüpfen Irgendwie So Schön Passend Ausrichten Mal gucken, ob's klappt Jupp, es klappt Wird gehäckselt hier Also gehacktschnitzelt Oder wie man das sagt Auf Fachsprache Keine Ahnung Naja Jetzt noch ein Stamm Dann können wir uns wieder Auf Baumsuche begeben Ey, ey Bleib hier Ich hasse das immer Dass die so Dass das Ganze so Wackelt unten Das Schlaue Teil So Mal schön richtig positionieren Drehen, drehen Und dann runter Ja, ja, ja Hierher ziehen Ah Nein, nein, nein Nicht Noch ein Stück Dann Ach Mann Das ist doch nicht dein Ernst Das ist das Ach Den nimmt's auch so Es ist Kompliziert Ein Herz Ein Herz Und eine Seele Das Ganze Komm Mal gucken, ob ich den so draufkriege Irgendwie Komm Ach komm, jetzt nimm's doch nicht so genau Früher hab ich mich immer beschwert Wenn er es nicht so genau nimmt Und jetzt nimmt er es mal genau Und dann Ah Ach Was soll's Was soll's Was soll's So Greifen Bisschen drehen Ich bin grad Dann überlegen Wie wir das Ganze machen Ah Gott Soll's sich doch nicht gleich wieder hinwerfen Wie der das so genau nimmt Wisst ihr es Ich hasse das immer Wenn der Ich hätte lieber gern den anderen Mod benutzt Sag ich euch ganz ehrlich Den Mod Gibt's ja dafür Aber irgendwie lässt er sich im Moment nicht öffnen Fragt sich Nur wieso Grad wieder greifen Äh Mann Das gibt's ja nicht Komm her Dich Grima noch Das wird doch jetzt nicht Wollen wir an den letzten Dingen hier scheitern Ja ich glaub das liegt daran Dass die Dinger Moment Moment Stopp 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 Och Mann Ich glaub ich hab das Ding zu breit gemacht Oder zu lang Ja 4 Meter war schon gut Komm Weg da Weg Du nervst Ach Mann Ach Mann Ich hasse es wieder die Aufnahme mit sinnlosen Beschäftigungen zu verbringen hier Alles Betrügerei hier Gibt's ja wohl nicht Mehr Geh weg Verpiss dich Geh weg da So Ähm Da er es ja nicht machen will Tu mal den mal woanders hin Wie gesagt Ja Scheiß drauf Ähm Aussteigen Wollen wir uns anderen hast Wenn du nicht willst Mach mal am besten Grad 3 Meter Nehmen wir uns hier gerade den nächst besseren Baum Wenn er es möchte Achso müssen wir es anschalten So ab Ab damit Ah Ich wollte ihn jetzt Ah ja genau so Hätte ich es gern gehabt Ah Es hängt auch nicht hier So jetzt machen wir mal Probieren wir mal Soll es nicht auf mich fallen Ähm Drehen wir das Ganze noch Bisschen weg von uns Ach Mann Warum muss er denn jetzt auch da hängen Ja genau Wo hängt er denn jetzt schon wieder Ach ich Bis zum nächsten Mal Jammer